Oh, alles gut. Der ist jetzt endlich. Ja? Hat jemand einen Fernseher zu holen? Nein! Nein! Also, wir wollen ja nicht zu machen Fernsehen. Wir wollen auch schon mal. Aber seit letztem unserer Leute singen mal einen Song. Und es war für uns eine aufhängende Kiste. Deutsch singen, das erste Mal, dankleichen im Fernsehen vor allem. Oh, mit einer Person. Und wir hatten einen wundervollen Auftakt. Weil wir durften mit einem Song starten von einer wundervollen Lady namens Lena. Und diese Song weiß wie euch trinken. Und die wollen wir jetzt für euch machen. Und das geht es dir deutlich. Ja! Oh! 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 Will ich mit dir alleine sein? Komm, geh mit mir den Leuchtturm rauf Wir können die Welt in Ordnung sehen Und hol uns dann hier raus Und du bist der Karate Meine Damen und Herren! Aaaaaaaah jest Aaaaaaaah Dies dass niebens varren Gleich will du recht nas wr Achost Ich hab da sonst kurz stimme ich blau Ich hab mir leuchtut mich mehr sehen Ich bin mit dir, wo du bist, am besten zählt in dieser Welt. Am besten zählt in dieser Welt, am besten zählt in der Sonnenschein. Bin ich mit dir alles allein und gehe mit dir auf den Welt. Am besten zählt in dieser Welt, am besten zählt in der Sonnenschein. Am besten zählt in dieser Welt. Am besten zählt in der Sonnenschein. Imミalzert, am besten zählt in der Sonnenschein. Am besten zählt in dieser Welt. Am besten, mein사를 nicht mehr mit dir auf die Erkennen. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Applaus